Auch in der neuen Folge der ERZ-TV-Kompakt-Sendung Treffpunkt Kulinarisch hat Benjamin Unger einen interessanten Gast an seiner Seite. Gabriele Schnabel ist Pharmazieingenieurin und Kräuterfee. Ab 2008 verwandelte sie den Garten am Heimatmuseum Knochenstampfe in Dorf Chemnitz gemeinsam mit den Kindern der Puffendorf-Grundschule in einen Kräutergarten. Außerdem lädt die Pflanzenexpertin zu Kräuterwanderungen ein. Zubereitet wird bei Treffpunkt Kulinarisch ein kleines Krabbenbrot mit verschiedenen Blüten sowie Hähnchenbrust mit Kräuterkruste. Ab Freitagabend können sie bei ERZ-TV zuschauen.